Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von BLK Regional am Freitagabend. Und schon wieder stehen wir an der Pforte zu einem langen Erholwochenende. Hatten wir erst letzte Woche eins, haben wir diese Woche wieder eins. Das freut uns natürlich. Pfingsten steht vor der Tür und pünktlich zum Fest wollen wir Sie mit Themen aus dem Burgenlandkreis informieren. Und außerdem gibt es wieder 50 Euro Taschengeld in Bar zu gewinnen und auch eine neue Frage der Woche. Also wir schauen auf unser erstes Thema. Der Mai hat sich ja mit Temperaturen von 30 Grad, manchmal sogar ein wenig über 30 Grad verabschiedet. Schwitzen war angesagt. Passend zum Wetter feierte man in der Elsterstadt 110 Jahre Zeitzer Schwimmverein. Und das eine Woche vor dem großen Stadtjubiläum. Mein Kollege Michael Turm hat sich mit Kamera und Mikrofon auch einmal mit in die Fluten gestürzt. Der Zeitzer Schwimmverein lud am 27. Mai zu seiner Geburtstagsfeier in das Zeitzer Netterbad ein. Seit 110 Jahren besteht der Verein und erfreut sich anhaltender Beliebtheit. 1907 ist der erste Schwimmverein in Zeitz gegründet worden. Im Mai, damals wurde das erste Schwimmfest durchgeführt und wir haben im Mai die Sommerbaderöffnung gehabt, am 15. Mai. Und da haben wir uns den 27. rausgesucht mit dem Wetter, wie es heute ist. Und hoffen nun auf gutes Publikum und wollen den Leuten, die in Zeitz mit dem Schwimmen, mit dem Bad nicht so vertraut sind, mal richtig zeigen, wie schön das hier im Wasser ist, wie schön das im Bad ist. Trotz Wassertemperaturen von nur 21 Grad über dem Gefrierpunkt folgten schon am Vormittag zahlreiche Gäste der Einladung. Wobei der Leistungssport an diesem Tag nicht im Fokus stand. Das Alter der 200 Vereinsmitglieder erstreckt sich von sieben bis über 70 Jahre. Schwimmen ist ja sonst ein recht anonymer Sport. Wir sind in der Schwimmhalle, wir haben das 25 Meter Becken, haben unsere Wettkämpfe, haben rundherum keinen Platz für Zuschauer. Wenn die Kinder zum Training hier sind, dann stehen die Muttis hinter der Glasscheibe und können zugucken, wenn sie in der ersten Reihe sind. Da fehlt der Kontakt zum Publikum, da fehlt der Kontakt zu den Eltern. Und hier in so einem Freibad, wie wir es in Zeitz haben, bei solchem Wetter ist das einfach die ideale Bedingung, das Schwimmen und den Schwimmverein der Stadt mal noch ein bisschen näher zu bringen. Als Unterstützung waren die Kanuten, das DLRG, Bogenschützen und Kunstspringer vor Ort und sorgten für entsprechende Abwechslung. In den ersten Jahrzehnten hatte Zeitz einige recht erfolgreiche Schwimmer hervorgebracht. Ja, angefangen hat das mit dem Rebschläger, Kunst- und Turmspringer, der zur Olympiade in Amsterdam war. Dann haben wir den Hans Zierold gehabt, als stärksten deutschen Freisteelsschwimmer, als Olympiateilnehmer. Dann hatten wir Messner als Olympiateilnehmer im Brustschwimmen. Wir hatten die Jutta Olbricht in der Olympiamannschaft. Also wir haben Olympiateilnahmen gehabt von Zeitz der Schwimmer, praktisch vom Beginn an mit der ersten Generation, die den Verein gegründet hat, bis in die 60er Jahre rein. Sind dann natürlich überholt worden von den Sportclubs mit besseren Trainingsmöglichkeiten und mit einer Kaderauswahl, mit der einem so eine Stadt wie Zeitz nicht mithalten kann. Dennoch wird die Nachwuchsförderung weiter betrieben. In Zeitz haben wir noch Kinder- und Jugendwettkämpfe, eine ganze Reihe bis zum Jahresende. Das ist eine Liste, die ich jetzt nicht aufzählen möchte. Dann haben wir die Masterswettkämpfe in Magdeburg und in Kulmbach, wo die Altersklassen ab 25 aufwärts bis 75 teilnehmen. Ja, und dann die Burgenlandspiele, die nicht in Zeitz stattfinden, wo wir uns beteiligen und eine ganze Reihe von Auswärtswettkämpfen noch für die Kinder- und Jugendlichenvereinen. Eine Veranstaltung führt der Schwimmverein allerdings nicht mehr durch. Das 24-Stunden-Schwimmen in Zeitz ist leider eingegangen. Der Aufwand in der Nacht mit der Beleuchtung und so weiter, das kostet alles Geld. Das fällt der Stadt schwer, das zu stemmen. Und dann ist das mit dem 24-Stunden-Schwimmen ja auch so eine Veranstaltung, wo ich wenig Publikum habe. Ich habe die Teilnehmer, wenn ich nachts hier im Freien schwimme, was ich regelmäßig da gemacht habe. Das ist nicht besonders warm im Wasser. Man ist froh, wenn man abgelöst wird und wieder raus kann, weil es zu kalt wird. Und in der Schwimmhalle, so ein 24-Stunden-Schwimmen in der Nacht ist es einfach langweilig. Im Freibad macht das Spaß, wenn man nachts schwimmt, wenn man früh in die Morgendämmerung reinschwimmt. Das ist schon schön, aber es ist kein Grund für die Stadt, das mit einem Riesenaufwand auch finanziell zu organisieren. Was hat sich der Verein für die kommenden 110 Jahre vorgenommen? Ein Plan ist klar, wir wollen weitermachen. Wir wollen den Generationswechsel schaffen in der Vereinsführung. Wir wollen als Verein in dieser Stärke erhalten bleiben und wollen natürlich mit den anderen Wassersportlern der Stadt und mit dem Bäderbetrieb der Stadt zusammenarbeiten, dass unsere Sportstätten, so wie sie jetzt sind, so attraktiv sind, so bleiben, dass sie auch wirtschaftlich erhalten werden können. Und wir haben natürlich ein bisschen Angst, dass über Betriebskosten, Umlage von der Stadt auf die Sportvereine was zukommt, was wir nicht berechnen können, wo wir nicht wissen, wie hart wird der erste Schritt und wie viele Schritte kommen hinterher und wie wirkt sich das dann insgesamt auf den Beitrag aus. Nachwuchsprobleme bei Kindern haben wir nicht. Da gibt es eine natürliche Sache. Die Kinder sollen schwimmen lernen und am besten können sie das im Schwimmverein. Deshalb kommen da immer wieder welche. Und bei den Übungsleitern ist es dann so, dass das doch manchmal ganz schön stressig ist, das alles zu beherrschen, bis die Kinder so weit sind, dass sie gute Schwimmer sind. Und da brauchen wir natürlich zusätzliches Potenzial, dass der Übungsleiterpool uns erhalten bleibt oder noch wächst. Schauen wir auf die Woche im Burgenlandkreis zurück. Kurz und kompakt. Zusammengefasst in unseren Meldungen. Am 16. Juni ist es soweit. Dolben feiert sein 1000-jähriges Bestehen. Was die Dolbener und ihre Gäste erwartet, wir sprachen dazu mit Bürgermeister Frank Puschendorf. Ja, die Dolbener erwartet ein kleines Fest, weil wir haben zwar 1000 Jahre, aber trotzdem sind wir eine kleine Gemeinde und wollen aber unseren Bürgern ein bisschen was bieten. Und wenn es heißt, Dolben 1000 Jahre, geht es nicht nur um die Ortsteile und den Ortsteil Dolben, sondern es geht um alle, die hier irgendwo sind. Und auch die Umgebung ist eingeladen dazu. Das Wort Dolben kommt aus dem Altsorbischen und bedeutet Eiche. Erstmalig wurde der Ort 1017 in einer Urkunde des Merseburger Domstifts erwähnt. Und wir können auch noch etwas anderes dazu sagen. Es ist nachgewiesen, dass der Bischof Tiedemar den Kanonikern, das der Kirche dargebrachte Silber und Leinen und Wolle und den Honig und Schweinezehnten des Burgwartes Skölen übereignet hat. Und damit sind wir also auch felsenfester Meinung, wir haben diese 1000 Jahre hier und sind also historisch gesehen doch gewachsen. Und eine Sache möchte ich noch ergänzen dazu. Wir sind in der Vergangenheit schon in der Jungsteinzeit besiedelt gewesen, dieses Gebiet. Und ein Beispiel dafür aus der Historie ist auch im Bergbaumuseum zu finden. Dort haben wir ja den Goldhelm von Stößen zu finden und das kann sich dann also auch mal mit angeguckt werden. Gemeinsam mit der amtierenden Ortsbürgermeisterin Gudrun Jochmann organisierte man in einem sehr kleinen Kreis das zweitägige Fest und ließ sich so allerhand einfallen. Ja, wir haben uns eigentlich viel einfallen lassen. Wir haben erst mal unser Bergbaumuseum, unsere Vereine stellen sich alle selbst mit Ständen vor. Viele Highlights für die Kinder, Kinderflohmarkt, Hüpfburg. Für die Erwachsenen haben wir schöne Programme, Nachmittagsprogramme. Wir haben ja viel ältere Einwohner, die möchten wir dann per Bus hierher bringen. Wir haben das Highlight Hans-Jürgen Bayer, der wird ein Programm hier machen. Wir haben die Sandflowers für den Abend, für die Jugend haben wir Disco am Freitag, Samstag die Burgenländer. Und ich denke mal, es wird zwischendurch so viel passieren, dass jeder sich wohlfühlen kann. Kaffee und Kuchen gibt es, das wird immer gebraucht und gemacht. Die Firma Beutler versorgt uns. Also wir denken, dass es der Tag wirklich schön wird. Finanzielle Unterstützung erfuhr man von der Mibrag, die auch bei der Gestaltung des Festes mithilft. So ist während des Festes auch die Befahrung des Standortes möglich. So erfahren interessierte Besucher auch etwas über die Veredelung der Braunkohle in Däuben. Seit der Wende hat sich der Ort sehr zum Positiven gewandelt. Das Image des dreckigen und schmuddeligen Braunkohleort liegt weit weg. Heute kann man stolz auf eine sehr grüne Umgebung sein. Und wir müssen sagen, ja, richtig. Wir haben noch Industrie, Gott sei Dank. Wir haben Landwirtschaft ringsherum, auch sehr gut. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit, uns zu verändern. Und das hat in den letzten Jahrzehnten funktioniert. Und ich gehe davon aus, auch in den nächsten Jahrzehnten wird es weitergehen. Henning soll kommen. Nach Naumburg in den Ratskeller. Der Antrag, wenn man so will, wurde am 28. Mai in Form eines Flashmob ausgearbeitet. Aber warum und wer ist dieser Henning? Der Ratskeller, beziehungsweise ich, veranstalte einen Flashmob aus dem Grund, weil der Henning Weland, Musiker ehemals bei den Söhne Mannheims, ein Gewinnspiel ausgerufen hat via Facebook, zu seinem Lied zu tanzen und ein Gratiskonzert gewinnen zu können. Und das hat mich sehr angetan. Ich habe ihn dieses Jahr im März live erlebt, war als Vorband bei Sarah Connor und dachte mir, das ist echt eine tolle Sache. Wollte mich aber nicht alleine in mein Wohnzimmer stellen und zu dem Lied tanzen und das Video einschicken, weil das macht, glaube ich, jeder. Und habe mir gedacht, Mensch, du versuchst so viele Leute wie möglich zu aktivieren, also gerade aus unserer Region, der Stadt Naumburg, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Und wenn es heute eine coole Sache wird und ganz viele Leute kommen und ich das Video dann morgen einschicke, hoffe ich, dass wir gewinnen und einfach diesen Musiker hier in unserer Stadt haben und ein tolles Gratiskonzert mit diesem Henning Weland haben. Und so wurde ausgiebig getanzt, auch wenn es nicht wirklich um das Leben ging. Also wenn man, glaube ich, auf YouTube oder anderen Mediatheken diese Lieder sich anhört, das ist schon gerade toll, was er macht. Also dieses Tanz um dein Leben und der letzte an der Bar passt, glaube ich, auch gut zu jedem Gastronom, also unter anderem auch zu mir. Das ist wirklich eine Musik, die gerade lustig ist, viel Stimmung verbreitet, die Spaß macht. Und er ist halt gerade der Musiker, der das Gewinnspiel veranstaltet. Dem könnte man entnehmen, dass da jemand ein Fan ist. Naja, was heißt Fan? Also ich habe das halt, wie gesagt, im März erlebt bei Sarah Connor und war sehr angetan, habe mir danach die Musik intensiver angehört und fand das echt klasse. Und nachdem dieser Aufruf kam, habe ich mir gedacht, Mensch, warum machst du da nicht mit? Aber wie gesagt, alleine ist das nur halb so lustig. Und so haben wir heute mal eine lustige Veranstaltung für uns, für mein Kollegium auch. Wir haben gerade eine schwere Zeit im Ratskeller. Das ist heute mal was ganz anderes, also was nichts mit normaler Gastronomie zu tun hat. Wir als Kollegen und unser ganzes Team hat Spaß, die Käste sollen heute Spaß haben. Und wenn man dann dabei noch das gewinnen kann und dann irgendwann ganz Naumburg daran Spaß hat, durch dieses Gratis-Konzert und ganz viele Leute daran teilhaben können, finde ich das eine klasse Sache. Wie der Stand der, ich sag mal, Antragsbearbeitung aktuell ist, können Interessierte bei einem Besuch im Ratskeller Naumburg erfragen. Zu einer schönen Tradition ist inzwischen das jährliche Benefiz-Fußballspiel zugunsten des Projekts Apfellateien geworden. Bereits viermal standen sich Vertreter der Wirtschaft und eine Presse aus dem Burgenlandkreis auf dem Rasen gegenüber. In diesem Jahr wird das Spiel am großen Festwochenende anlässlich des 1050-jährigen Stadtjubiläums in Zeitz stattfinden. Am Montag nutzten einige Teilnehmer das schöne Wetter für ein kleines Training im Buschendorf-Stadion. Richtig los geht's dann am Samstag. Richtig los geht's dann am Antag Also nicht vergessen, Samstag, 10. Juni um 13.15 Uhr im Zalzer Puschendorfstadion. Moin, Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rekomöbel, wir bringen Farbe in ihr Leben. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Passelstein in ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeits. Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Freitagabend heißt es bei BLK Regional immer Gewinnspielzeit. Und wir haben den Gewinner der letzten 50 Euro in Bar ermittelt und er wird jetzt hier unten eingeblendet. Hat es Sie getroffen? Dann von mir ganz herzlichen Glückwunsch. Und allen anderen, die mitgemacht haben, natürlich vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn Sie nicht gewonnen haben, dann passen Sie einfach gut auf, denn es gibt schon wieder 50 Euro Taschengeld in Bar. Der Einsendeschluss ist Donnerstag, der 8. Juni um 18 Uhr. Und die Frage der Woche lautet diesmal, wie alt ist die Elsterstadt Zeits? Das wissen Sie, oder? Dann greifen Sie zum Telefon und rufen Sie an. Nennen Sie uns die richtige Antwort, Ihre Namen und Ihre Anschrift. Und schon sind Sie im Lostopf mit dabei. Der Gewinner der 50 Euro in dieser Woche wird in der aktuellen Sendung am kommenden Freitag bekannt gegeben. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und ich drücke Ihnen ganz persönlich die Daumen. Am Wochenende kann man die 50 Euro natürlich gut gebrauchen. Denn so manches Fest wartet auf die Besucher im Burgenlandkreis. Wenn Sie also noch nicht wissen, was Sie am Pfingstwochenende unternehmen wollen, wir haben für Sie wieder ein paar Angebote für die wochenendliche Freizeitgestaltung herausgesucht. Und wenn Sie wissen wollen, was ich am langen Pfingstwochenende mache, ich verrate es Ihnen. Ich bin auf der Weinmeile in Rossbach. Vielleicht sieht man sich. Die ganze Stadt ein Theater. Gemäß dem Motto, was ist Wahrheit, können Sie sich am Samstag, den 3. Juni, auf einen Naumburger Theaterspaziergang begeben. Gestartet wird im Nietzsche-Dokumentationszentrum, denn Friedrich Nietzsche hat sich wie kaum ein anderer sein Leben lang der Wahrheitssuche gestellt. Der bewährte Domartisten-Begleitservice wird Sie dann zum Naumburger Tageblatt führen. Sie werden Zeuge einer neuen journalistischen Reihe. Philosophen hautnah. Überraschungen inklusive. Weiter geht es. Nein, alles verraten wir Ihnen hier nicht. Los geht's um 19.30 Uhr. Endlich ist es soweit. Das Team vom Weißenfelser Bootsverleih lädt Sie am Pfingstsamstag, den 3. Juni ab 14 Uhr, zu einem geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein. Dazu werden Sie eine Menge Parodie und Travestie erleben können. Ein buntes und sehr unterhaltsames Programm erwartet Sie. Von Andrea Berg bis Heino oder auch mal die ausgeflippte Krankenschwester wird Sie verarzten. Der Eintritt ist wie immer frei. Es wird eine tolle Kuchentafel geben. Gern können Sie auch vorab schon mal Ihren Sitzplatz sowie ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee für 5 Euro reservieren. Somit müssen Sie sich keinen Platz suchen. Reservieren können Sie persönlich direkt im Bootsverleih. Natürlich wird es auch Snacks und frisch Gegrilltes geben. Los geht's um 14 Uhr. Willkommen beim Gospel Open Air an der Stadtkirche in Hunnmolzen. Seien Sie dabei, wenn die Profimusiker mit ihrer begeisternden Gospelmusik zum Mitsingen, Tanzen und Klatschen animieren. Es gibt Roster und frische Getränke. Der Eintritt ist frei, aber um eine finanzielle Unterstützung zur Deckung der Kosten wird gebeten. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Altmarkt in Hunnmolzen. Das Motto der 16. Saale Weinmeile? Lockt im Glas ein edler Wein, wird der Durst auf Wasser klein. Die Saale Weinmeile findet alljährlich zu Pfingsten statt. Beginnend in der Kurstadt Bad Kößen führt der Weg entlang der Saale unterhalb der Weinberge zum Weindorf Rossbach. Es geht natürlich auch in entgegengesetzter Richtung. Am Pfingstsamstag und Sonntag präsentieren täglich ab 9 Uhr die Winzer und Anwohner ein stilvolles Fest rund um den eigenen Wein. Auf der 6 Kilometer langen Wegstrecke kann der Weinfreund bei einem der bekannten Weingüter als auch bei den vielen Winzern, die ihren Wein im Nebenerwerb oder als Hobby anbauen, einkehren. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.saale-weinmeile.de Die Grillsaison ist eröffnet. Golbener Wurstspezialitäten bietet Ihnen zahlreiche Leckerbissen für Ihr Grillvergnügen. In unserem umfassenden Grillsortiment findet sich bestimmt für jeden Geschmack das passende Grillfleisch. Täglich frisch und selbstgemacht. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns in einer unserer 5 Filialen. Denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Die Urlaubszeit kann kommen. Mit dem passenden Ahorncamper haben Sie alles an Bord, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen. Jetzt neu Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen bei Renault Autohaus Schulze, Ihrem zuverlässigen Partner in Weißenfels. Auch im Alter schöner Wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet. Auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen. Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Feierlich wird's demnächst bei unseren Nachbarn in der Elsterstadt. Das Zeitzer Stadtjubiläum steht kurz bevor und die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. An so vieles muss gedacht werden. Ein letztes Pressegespräch am vergangenen Mittwoch sollte die letzte Klarheit bringen. Das 1050-jährige Stadtjubiläum der Stadt Zeitz wirft ihre Schatten voraus. Und anlässlich dieses Großereignisses gab es am Mittwoch, den 31.05.2017, eine Pressekonferenz im Festsaal von Schloss Moritzburg, auf der das Festprogramm vorgestellt wurde. Jörg Rössler, Organisator der Festwoche zum 1050-jährigen Zeitzer Stadtjubiläum, erklärt uns im Interview, worauf sich die Zeitzerinnen und Zeitzer und ihre Gäste freuen können. Also es ist die Festwoche vom 5. bis 11.06. in der Zeitzer Innenstadt. Hauptschwerpunkte sind die Ulti-Nacht am 9.06., die erste MDR Burgenland, oben eher am 10.06. und natürlich unser großer Kulturumzug am 11.06. Weitere Informationen finden Sie unter www.1050jahrezeit.de Das Jubiläum geht auf eine Synode von Ravena im Jahr 967 zurück. Darin wurde Zeitz erstmalig urkundlich erwähnt, als Kaiser Otto I. und Papst Johannes XIII. die Gründung des Bistums Zeitz beschlossen. 2017, 1050 Jahre später, wird nun dieser ersten Erwähnung gedacht und mit zahlreichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres Stadtgeburtstag gefeiert. Die Festwoche findet dann vom 5. bis 11. Juni statt und eine Veranstaltungsdichte in der Großstadt wird am Tag und am Abend viele Orte in Zeitz zu Treffpunkten für Groß und Klein, Jung und Alt für Zeitzer und ihre Gäste machen und so ein ganz besonderes und unvergessliches Sommerfeeling nach Zeitz zaubern. Doch was kostet das die Besucher? Für einen Großteil der Veranstaltung in der Festwoche ist kein Eintritt notwendig. Nur an dem Festwochenende wird ein Festbeitrag in Höhe von 10,50 Euro erhoben. Insbesondere dann für die Veranstaltungen am Freitagabend und Samstagabend. So ein Groß-Event ist natürlich auch mit ein paar Einschränkungen verbunden. Vielleicht hat ja die Stadt auch einen Tipp für die Einwohner. Ich kann nur empfehlen, unsere Park-and-Ride-Plätze zu nutzen, weil es von dort einen Shuttle-Verkehr geben wird. Wer ansonsten bis in die Stadt reinfahren möchte oder unbedingt will, dort stehen ausreichend Parkplätze außerhalb der Innenstadt zur Verfügung. Jeder Anwohner hat einen Parkschein bekommen über unser Ordnungsamt und darf letztendlich rein und raus. Möchte aber appellieren, nicht während der Hauptveranstaltungszeit, also in den Abendstunden, das Fahrzeug raus oder rein zu bewegen, sondern dann eher schon die Fahrten auf ein Minimum zu reduzieren. Den krönenden Abschluss wird am Sonntag, den 11. Juni, ein großer Kulturumzug mit über 920 aktiv mitwirkenden und über 100 historischen und neuzeitlichen Bildern durch die Innenstadt ziehen. Da wir auf schönes Wetter hoffen, wollten wir von Jörg Rössler wissen, ob für das leibliche Wohl gesorgt ist. Also wir haben uns bemüht, entsprechende Versorgungsstände in der Stadt zu etablieren. Wir haben auf dem Altmarkt einen Hauptkaterer, der mit entsprechend ausreichenden Getränkeversorgungsständen bzw. Essensversorgungsständen da ist. Und auf dem Neumarkt bzw. auf der wendlichen Straße sind noch zusätzliche Versorgungsstände da, sodass alle, die Hunger und Durst haben, auch entsprechend versorgt werden können. Abschließend wollten wir noch wissen, ob es ein besonderes Sicherheitskonzept gibt und ob die Besucher auf etwas achten sollten. Ja, das Sicherheitskonzept ist ein wichtiges Thema. Sicherheit an sich überhaupt ist ein wichtiges Thema bei solchen Großveranstaltungen. Und ich kann nur bitten, auf große Taschen, große Rucksäcke zu verzichten. Es wird eine Eingangskontrolle geben und bitte auch keine Glasflaschen etc. mit ins Festgebiet bringen. Das wird am Eingang aussortiert. Wir wünschen allen Gästen und Zeitser und Zeitserinnen eine schöne Festwoche und viel Spaß. Von dem heiteren Thema des Zeitser Stadtfestes kommen wir jetzt zu einem großen Ärgernis für alle Autofahrer und Anwohner an der B91. Seit August 2014 besteht vollziehbares Baurecht. Vor 15 Monaten feierte die Politik feierlich den ersten Spatenstich. Passiert ist bis heute allerdings nicht sehr viel an der geplanten B91-Ortsumgehung Theissen. Aber auch von den geplanten Baumaßnahmen zwischen Däuben und Wärschen von der Politik, übrigens für das Jahr 2016 versprochen, sieht man rein gar nichts. Vielleicht brachte eine Informationsveranstaltung vergangenen Mittwoch zum Neubau der Ortsumgehung Theissen Klarheit. Fachleute der Projektfirma Deges informierten über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Und das wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Die Verkehrsbelastungen in Theissen sind nach wie vor erheblich. Doch es gibt deutliche Zeichen der Besserung. Am 31. Mai wurden Interessierte über den Baufortschritt der Umgehungsstraße und die kommenden Maßnahmen informiert. Die Ortsumfahrung Theissen ist jetzt soweit in den Vorbereitungen gelaufen, dass die Kampfmittelberäumung soweit durchgeführt worden ist. Die archäologischen Arbeiten sind auch weitestgehend abgeschlossen. Die Rodungsarbeiten sind soweit vorbereitet, sodass wir jetzt in die eigentlichen Straßenbauarbeiten eintreten können. Das wird so sein, dass wir ab Mitte 2017 in etwa die baugrundverbessernden Maßnahmen umsetzen werden. Das heißt, hier ist im Wesentlichen Bergbaugebiet, was überarbeitet werden muss, nachverdichtet werden muss. Und dann werden auch im Herbst dieses Jahres die Brückenbauarbeiten für die ersten Bauwerke beginnen. Und der Streckenbau wird sich daran anschließen gegen Ende des Jahres 2017, beginnend dann wohl erst im Frühjahr 2018. Verzögerungen gab es bisher keine. Bis dato hatten wir eigentlich keine Überraschungen. Wir haben mit dem schwierigen Baugrund zu kämpfen, wie ich eben schon ausgeführt habe, infolge des Bergbaus, der hier geherrscht hat. Es gab teilweise durch alte Industrieanlagen Altlasten, die beseitigt werden mussten. Aber ansonsten ist es eigentlich ein normales Projekt, was mit den üblichen Schwierigkeiten des Straßenbaus umzusetzen ist. Bei Bauprojekten können im Verlauf der Arbeiten immer Probleme auftreten, gerade wenn im Untergrund nicht kartierte Bergbauschächte vorhanden sind. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Die ersten Voruntersuchungen sind gelaufen. Und da sind jetzt erst mal keine Auffälligkeiten gefunden worden. Aber im Zuge des Verfahrens, was wir ansetzen werden, kann natürlich so etwas passieren, dass Hohlräume, unterirdische, aufgetan werden. Wie mitgeteilt wurde, wurden schon viele Projekte im Bereich Bitterfeld umgesetzt. Daher hat man viel Erfahrung mit dem Straßenbau in Bergbaugebieten. Während der Baumaßnahme wird versucht, die Belastungen für die Theisener möglichst gering zu halten. Das heißt, wir haben eine Baumaßnahme. Es sind große Mengen an Baustofftransporten, die umgesetzt werden müssen. Wir haben das alles im System so angelegt, dass die Bevölkerung nicht belastet wird oder wenig belastet wird. Es wird im Wesentlichen über den Baubereich gefahren, sodass hier die Ortschaft nicht noch weiter belastet wird über den jetzt schon herrschenden starken Verkehr hinaus. Zum Projekt gehört der Bau von fünf Brücken. Im Zuge der Trasse sind drei Bauwerke, die dem Bahnverkehr dienen, also der Überführung des Straßenverkehrs über die Bahn. Das sind zweimal Gleise der Braunkohlebetriebs-Miprag und einmal ein deutsches Bahngleis. Das sind Standardbauwerke, wie man sie überall an den Straßen sieht. Nichts Exotisches. Ende 2019 soll die Umgehungsstraße für den Verkehr freigegeben werden können. Bis dahin war es ein langer Weg. Jetzt wäre ich im guten Bereich. Und ich denke, dass das so weitergeht, wie es zurzeit läuft. Wir haben gekämpft und ich sage mal, wir haben mit dem Kampf was erreicht. Was ich so selbst so in persönlichen Gesprächen erfahren habe, sehen Sie das alles als sehr notwendig und dass es wirklich an der Zeit ist, dass es kommt. Weil der Ort das nicht mehr verkraftet, diesen Verkehrsstrahlen. Wir sind erstmal alle zufrieden. Zum Glücklichen ist noch ein bisschen was hin. Da wollen wir mal warten, bis wir das Band durchschneiden. Dann sind wir wirklich glücklich. Das Pfingstfest steht vor der Tür. Wollen wir es reinlassen? Natürlich. Die Weinmeile rund um Rossbach lädt zum Verweilen und zu einem guten Schluck ein. Der Domänenmarkt auf der Neuenburg öffnet seine Tore. Es gibt viel zu erleben im Burgenlandkreis. Und ein wichtiger Partner dabei wird natürlich das Wetter sein. In den letzten Wochen sind wir ja etwas verwöhnt worden. Schon im Mai über 30 Grad, das gab es selten. Was Petrus jetzt für das kommende Wochenende geplant hat und hoffentlich regnet es nicht, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserer Wettervorschau für den Burgenlandkreis. Am Samstag nimmt die Bewölkung bereits am Vormittag von Westen zu. Nachfolgend bilden sich Schauer und teils kräftige Gewitter. Der Wind weht schwach aus Südwest, in Gewitternähe frischt er aber böig auf. Die Temperatur erreicht 26 bis 29 Grad. In der Nacht zum Sonntag klingen Schauer und Gewitter zunächst ab und die Bewölkung lockert auf. In der zweiten Nachthälfte können aber erneut Schauer auftreten. Der Wind weht abseits von Schauern und Gewittern schwach aus westlichen Richtungen. Die Tiefstwerte der Temperatur liegen zwischen 16 und 13 Grad. Am Sonntag beginnt der Tag stark bewölkt und zunächst fällt noch etwas Regen. Dieser zieht tagsüber ostwärts ab und die Bewölkung lockert auf. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest und die Höchstwerte der Temperatur liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Montag ist es zumeist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperatur fällt auf 12 bis 8 Grad und der Westwind weht schwach. Am Pfingstmontag ist es überwiegend wolkig und gelegentlich fällt etwas Regen oder es gibt leichte Regenschauer. Zwischendurch kann sich aber auch mal die Sonne durchsetzen. Die Tageshöchstwerte liegen aber nur zwischen 17 und 19 Grad. Das Pfingstwochenende kann kommen. Unsere Sendung am Freitagabend ist zu Ende. Ich hoffe, auch für Sie waren interessante Informationen mit dabei. Aber keine Angst, am kommenden Dienstagabend zur gleichen Zeit. An der gleichen Stelle gibt es die neueste Ausgabe von BLK Regional. Und Sie vergessen mir nicht das Gewinnspiel. Es winken immerhin 50 Euro Taschengeld in bar. Hier unten sehen Sie noch einmal die Frage und die Telefonnummer, wo Sie anrufen sollen. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitmachen. Möchten Sie weitere Nachrichten aus dem Burgenlandkreis lesen? Dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter blkregional.tv. Oder Sie liken unsere Seite bei Facebook. Darüber würden wir uns freuen. So, ich mache mich jetzt aus dem Studio, genieße ein kleines Pfingstbier und starte dann in ein dreitägiges Erholwochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.